Ja, das ist Lilly. Willkommen von Will Jakob. Lilly ist ein toller Stuhl, ha ha ha. Lilly ist ein Megaseller von Will Jakob. Ein Sessel, der sich tausendfach dreht. Warum? Weil er saubequem ist, leicht ist und weil er mit diesem Griff hier was hat, was andere eben nicht haben. Jede Frau kann ganz leicht hier den Stuhl wegziehen. Und er hat unten, ich zeige es Ihnen, hier auswechselbare Kunststoffgleiter. Hier gibt es dann gegen Mehrpreis auch Filzgleiter, wenn man das will, was geeignet ist für Parkettboden. Lilly ist also wirklich ein Stuhl, der besser ist wie die anderen. Tritex ist eine Hightech-Kunstfaser, die sehr strapazierfähig ist. Wir haben hier sechs Stühle mit einem Gestell in Mattschwarz kombiniert mit vier Stühlen in Tritex Hell und zwei Stühlen in Tritex Kiwi. Finde ich klasse, wenn man hier so ein bisschen spielt und dann kriegt das Ganze etwas mehr Dynamik. Sitzkomfort, hervorragend. Ja, ein kleines Manko, der Stuhl ist relativ schmal. Also für Normalgebaute absolut ausreichend. Wenn Sie ein stabiler Mensch sind, ab 120 Kilo, dann ist der Sessel vielleicht für Sie zu schmal. Auch oben mit den Schulterblättern. Bei mir geht es gerade so. Ja, also die Schulterblätter passen nicht dazwischen, aber es tut auch nicht weh. Aber wenn Sie so ein Kreuz haben, ist Lilly für Sie zu schmal. Sonst, Topstuhl, ein Problem, Deutschlandqualität, Deutschlandpreis. Der Stuhl wird online verkauft, bester Preis um die 300 Euro, 280 Euro, Normalpreis so 399, 349. Wir haben ein Schnäppchen für Sie. Die sechs Stühle haben wir ein Paket geschnürt für 1390 Euro. Sechs Stühle, wenn Sie jetzt rechnen, was das ist, nehmen Sie den Taschenrechner. www.trophischnapp.de Ihr Online-Outlet für Markenstühle sagt Danke. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, bleiben Sie mir gewogen. Und ich freue mich, wenn ich Sie mal hier in 72186 empfingen begrüßen darf. Danke und Tschüss. Ihr Lutz Reinhardt von www.trophischnapp.de